Und wenn du bereit bist, dann lade ich dich ein, deinen Blick nach innen zu wenden, indem du langsam deine Augen schließt. Ich möchte dich einladen zu erforschen, wie sich der Kontakt deines Körpers mit der Unterlage anfühlt. Wo befinden sich die Stellen, an welchen du mehr Gewicht an den Boden abgibst und wo weniger? Gleich gelingt es dir bei jedem Atemzug, dich ein wenig mehr der Schwerkraft zu überlassen, Gewicht an die Matte, dem Boden, die Erde abzugeben, Spannung loszulassen, ohne dich dabei anzustrengen. Und wenn du bereit bist, dann versuche die Stelle in deinem Körper zu finden, wo du die Atmung, die Atembewegung am deutlichsten wahrnehmen kannst. Vielleicht im Bauchraum, wo sich die Bauchdecke im Rhythmus deiner Atmung hebt oder senkt. Oder im Brustraum. Oder im Bereich der Nase oder Lippen. Es ist nicht wichtig, wo oder wie deutlich du deinen Atem spürst. Es geht lediglich darum, seiner Bewegung zu folgen, mit ihm sanft in Berührung zu kommen. Sich auf ihm niederlassen, ohne ihn verändern zu wollen. Atemzug um Atemzug. Moment um Moment. Beim Einatmen hebt sich der Bauch und beim Ausatmen senkt er sich wieder. Folge mit deinem inneren geistigen Auge diese immerwährende Bewegung, den Fluss deines Atems. Wenn du ausatmest, kannst du dich ein Stück weiter entspannen und Gewicht an die Unterlage, auf der du liegst oder sitzt, abgeben. Mit dem nächsten Ausatmen lade ich dich ein, dich von der Betrachtung deines Atems zu lösen. Deine Aufmerksamkeit auf deine linke große Zehe zu lenken. Führe deine Aufmerksamkeit über dein linkes Bein, Wade, Unterschenkel hinunter zu deiner linken großen Zehe. Versuche alle Empfindungen, die du dort wahrnimmst, zu spüren. Möglicherweise spürst du ein Kribbeln oder Pochen, ein Gefühl von Wärme oder Kühle. Was auch immer du spürst, es ist nicht wichtig, deine Empfindungen zu benennen, sondern einfach nur wahrzunehmen, so wie sie sich zeigen. Und wenn du keine deutlichen oder gar keine Empfindungen verspürst, dann registrierst du dies einfach nur als das Ausbleiben von Empfindungen, jetzt in diesem Moment. Achte darauf, dass du wirklich spürst und nicht darüber nachdenkst, was du spüren solltest. Es ist nicht notwendig, eine anatomische Vorstellung von diesem Körperteil zu entwickeln. Du verbindest dich lediglich mit dieser Stelle des Körpers, indem du deine ganze Wahrnehmung darauf richtest, die reine Empfindung so annimmst, wie sie sich gerade zeigt. Und wenn du soweit bist, dann dehne deine Wahrnehmung jetzt auf alle Zehen deines linken Fußes aus. Glaube dir, jede einzelne deiner Zehen zu spüren, aber bewege sie nicht dabei. Und wenn du möchtest, du kannst auch die Zehen zwischenräumen das Feld deines Gewahrseins aufnehmen. Und wenn du bereit bist, dann löse dich von deinen Zehen, indem du deine Aufmerksamkeit an diesem Punkt verblassen lässt und deine linke Fußsohle in das Zentrum deiner Beobachtung stehst. Die Fußsohle ist oft ein Ort, an welchem wir Empfindungen besonders deutlich wahrnehmen können. Dies können Empfindungen wie ein Prickeln oder Strömern sein. und dann bewege deine Aufmerksamkeit weiter zu deinem Knöchel. Versuche die Stellen zu spüren, an welchen dein linker Knöchel Kontakt mit der Unterlage hat. Wie fühlen sich die Kontaktpunkte an? Vielleicht spürst du ein Gefühl von Druck an diesen Stellen. Was auch immer du spürst oder nicht spürst, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du nicht so sehr darüber nachdenkst, was du fühlen solltest oder dass du Empfindungen in deinem Geiste konstruierst. Du kannst den Fokus deiner Aufmerksamkeit nun auf den Fuß als Ganzes richten. Und nun nimm deinen Unterschenkel wahr. Das Schienbein an der Vorderseite und den Wadenmuskel auf der Rückseite. Nicht nur an der Oberfläche, sondern auch tief im Inneren. Lass alle Empfindungen, die auftauchen, so sein, wie sie sind, ohne sie verändern zu wollen. Nun lenke deine Aufmerksamkeit auf dein Kniegelenk, die Kniescheibe, die Seiten und die Rückseite, alle Empfindungen wahrnehmend, so wie sie sich zeigen von Moment zu Moment. und löse dich auch von diesem Körperteil und spüre nun den Bereich von deinem Knie hinauf zu deiner Hüfte, den ganzen Oberschenkel wahrnehmend. Und erlaube dir, diesen Körperteil ein wenig mehr zu entspannen. Mit dem nächsten Atemzug löse dich auch von diesem Körperteil und wandere mit deiner Aufmerksamkeit über dein Becken auf deine rechte Seite und über den rechten Fuß hinunter zu den Zehen des rechten Fußes. Und werde dir auch hier alle Empfindungen bewusst, die du jetzt in diesem Moment vorfindest. Egal, welche Empfindungen du wahrnimmst, lade sie ein, hier zu sein. Und wenn es dir möglich ist, kannst du auch alle Zehen einzeln spüren und die Zehen Zwischenräume. Und wenn du bereit bist, dann löse dich von deinen Zehen, indem du deine Aufmerksamkeit auch an diesem Punkt verblassen lässt und deine rechte Fußsohle in das Zentrum deiner Beobachtung stellst. Auch hier alle Empfindungen, die sich zeigen, wahrnehmend. Dann lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Knöchel. Suche die Stellen zu spüren, an welchen dein Knöchel Kontakt mit der Unterlage hat. Hier fühlen sich die Kontaktpunkte an. Vielleicht spürst du auch hier ein Gefühl von Druck an diesen Stellen. Und nun richte den Fokus deiner Aufmerksamkeit auf den Fuß als Ganzes. Wenn du bereit bist, dann kannst du mit deiner Aufmerksamkeit weiter zu deinem Unterschenkel wandern. Schienbein an der Vorderseite und den Wadenmuskel auf der Rückseite. Und wenn du möchtest, kannst du auch alle Empfindungen deines Unterschenkels wahrnehmen, auch die tief im Inneren, in den Knochen. Noch hier, lass alle Empfindungen, die auftauchen, so sein, wie sie sind, ohne sie verändern zu wollen. Nun löse dich von deinem Unterschenkel und stell dein Knie in das Zentrum deiner Wahrnehmung. Die Kniescheibe, die Seiten- und die Rückseite. Alle Empfindungen im rechten Kniegelenk wahrnehmend. Und nun löse dich auch von diesem Körperteil und spüre nun den Bereich von deinem Knie hinauf bis zu deiner Hüfte, den ganzen Oberschenkel wahrnehmend. Und erlaube auch dir, diesen Körperteil mehr zu entspannen. Und wenn du soweit bist, dann lenke deine Aufmerksamkeit auf dein Becken. Werde dir des ganzen Beckenraums bewusst, der sich von der einen zur anderen Hüfte erstreckt. und spüre das Gesäß im Kontakt mit der Unterlage. Vielleicht sind da Empfindungen von Gewicht oder Schwere wahrzunehmen. Werde dir auch der Genitalien bewusst. Und registriere alle Empfindungen, wie sie sich stetig verändern oder auch das Ausbleiben von Empfindungen. Den gesamten Beckenraum erlebend. Und wenn du möchtest, kannst du auch die Atmung in diesem Körperteil lenken. Wenn du einatmest, füllst du deine Lungen mit frischem Sauerstoff und lässt ihn gleichsam in dein Becken strömen. Mit der Ausatmung lässt du Spannung los. lässt dein Becken weich und entspannt werden, während du tiefer und immer tiefer in einen entspannten Zustand von Gewahrsein und Stille gleitest. Vollständig wach und offen für den gegenwärtigen Moment. Und wenn du bereit bist, dann löse dich mit deiner Aufmerksamkeit vom Beckenraum und richte sie auf deinen unteren Rücken, der Basis deines Rumpfes. Welche Empfindungen kannst du hier wahrnehmen? Für viele von uns ist der Bereich des Rückens immer wieder eine Quelle von Schmerz, eine Stelle, die uns von Zeit zu Zeit Probleme macht und unsere Bewegungsfreiheit einschränkt. Wenn dies gerade der Fall sein sollte, dann beobachte, ob es so etwas wie eine Tendenz dazu gibt, die Dinge anders haben zu wollen, als du sie gerade vorfindest. Wenn dies so ist, dann werde dir lediglich dieser Tatsache bewusst und versuche damit zu sein, ohne etwas ändern zu wollen, ohne es zu bewerten. Und nun bewege dich allmählich deine Wirbelsäule entlang zur Brustwirbelsäule, dem Bereich deines mittleren und oberen Rückens. Vielleicht gelingt es dir, die feine Bewegung deines Brustkorbs zu beiden Seiten deines Rückens zu erspüren, wie er vom Atem bewegt wird, sich weitet und dann wieder zusammenzieht. und alle unangenehmen Empfindungen wie Schmerz, Anstrengung, Verspannung, nehmen sie einfach nur wahr, so wie sie sich jetzt im Moment anfühlen. Daweitere den Fokus der Aufmerksamkeit und richte ihn nun auf deine Schultern. Auch dies ist ein Ort, an dem oftmals Schmerzen und Verspannungen erfahren werden können. Was auch immer du jetzt empfindest, erlaube den Empfindungen da zu sein, so gut es geht, ohne sie verändern zu wollen. Wenn Gedanken auftauchen, dann nimm sie zur Kenntnis, aber folge ihnen nicht. Und wenn du bereit bist, dann löse dich auch wieder von diesem Teil deines Körpers und lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deine Körpervorderseite. Führe sie zu deinem Bauch und erlebe, wie er sich hebt und senkt, dem Rhythmus des Atems folgend. Und wenn du möchtest, kannst du dir auch deiner inneren Organe bewusst werden, von innen erfahren, auch wenn sie fast nicht spürbar sind. Darm, Magen, Nieren, Leber, Bauchspeicheldrüse, Es könnte dies auch eine Gelegenheit sein, die selbstlose und unaufhörliche Arbeit der Organe zu würdigen, von Moment zu Moment und Tag zu Tag. Und wenn du möchtest, werde dir auch deines Herzens bewusst. Er schlägt und lebt. Sauerstoffreiches Blut von deiner Lunge in deine Organe und die entlegensten Regionen deines Körpers pumpt, wieder zurück zu deinen Lungen. Wenn du bereit bist, dann löse dich von der Betrachtung deiner Körpervorderseite. Mit dem nächsten Atemzug kannst du deine Aufmerksamkeit über deinen linken Arm in deine linke Hand lenken, in deine linke Handfläche. Alle Empfindungen, die dort auftauchen, wahrnehmend. Die Hände sind für viele Menschen ein Ort, an welchem Körperempfindungen sehr deutlich wahrgenommen werden können. Welche Empfindungen zeigen sich jetzt in diesem Moment? Vielleicht ein Kribbeln oder Prickeln? Sind die Handflächen kühl oder warm? trocken oder feucht? Erlaube dir auch, die Finger einzeln zu spüren, ohne sie zu bewegen. den Raum zwischen den Fingern. Vielleicht spürst du, wie die Hand von der Luft umspült wird. Verweile noch für ein paar Atemzüge in deiner linken Hand Wenn du bereit bist, dann öffne dich für alle Empfindungen in deinem Handgelenk, in deinem Unterarm, dem Ellenbogen, dem Ellenbogen, und dem Oberarm. Mit dem nächsten Atemzug kannst du den linken Arm als Ganzes spüren. Und mit dem nächsten Atemzug bewege deine Aufmerksamkeit auf deine rechte Hand in deine rechte Handfläche und werde dir auch hier alle Empfindungen bewusst. Und verweile auch hier noch für ein paar Atemzüge in deiner rechten Hand. Und dann löse dich von der Hand und öffne dich für alle Empfindungen in deinem rechten Handgelenk, auf den Rückweg, dem Unterarm, den Bogen, und Oberarm. Mit dem nächsten Atemzug kannst du den rechten Arm als Ganze spüren. Und mit dem nächsten Atemzug lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Nacken. Und öffne die Wahrnehmung der Aufmerksamkeit nun für den Hals. Versuche alle Empfindungen, die sich dort einstellen, wahrzunehmen. Und mit dem nächsten Atemzug bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Kopf. Und lenke deine Wahrnehmung auf dein Gesicht und weiter auf deine Augen. Alle Empfindungen wahrnehmend. Sind deine Augen entspannt oder angespannt? Vielleicht bemerkst du feine Bewegungen der Augäpfel. Versuche sie einfach zu beobachten, ohne einzugreifen. Wenn du möchtest, kannst du nun auch die Augenhöhlen als Ganzes erfüllen. Und dann stelle die Nase in das Zentrum deiner Wahrnehmung. Und glücklicherweise spürst du deinen Atemzug, wie er durch die Nase ein- und ausströmt. Verweile ein paar Atemzüge an dieser Stelle und... Wenn du bereit bist, dann bewege dich weiter zu deinem Mund. Die Lippen erspürend. Langsam und kontinuierlich diese Region deines Körpers abtastend. Und dann kannst du deine Aufmerksamkeit auf das Innere deines Mundes lenken. Auf die Mundhöhle. Auf die Zähne und deine Zunge. Und wenn du bereit bist, dann erweitere deine Wahrnehmung auf dein ganzes Gesicht. Auf deinen Kiefer, deinen Mund, deine Wangen, Nase, Augen und Stirn. Alle Empfindungen wahrnehmend. Und dann löse dich auch von diesem Teil deines Kopfes und bewege deine Wahrnehmung über deinen Scheitel zu deinem Hinterkopf. Und verweile auch hier ein paar Momente. Mit dem nächsten Atemzug kannst du auch deine Ohren erspüren. Auch hier können sich viele verschiedene Empfindungen einstellen. Und für einen Moment kannst du dir der Tatsache bewusst werden, dass die Ohren immer offen sind für Geräusche aus der Umwelt. Wenn Geräusche oder Stimmen in dein Gewahrsein treten, dann kannst du innerlich ganz leise anmerken, hören, nur das Gehörte zu benennen. Geräusche sind einfach nur Geräusche. Und nun lade ich dich ein, deinen Kopf als Ganzes zu spüren. Den Scheitel, den Scheitel, das Gesicht, den Hinterkopf und die Seiten. Allmählich kannst du diese Spüren auf deinen ganzen Körper ausweiten. Vom Scheitel bis zu den Füßen. Deinen Körper als Ganzes im Gewahrsein haltend. Alle Empfindungen, die auftauchen dürfen, gleichberechtigt nebeneinander in Erscheinung treten. Sich permanent verändern und neu entstehen. Und bis die Klangschale ertönt, kannst du so in diesen Zustand verweilen, von Atemzug zu Atemzug. Und von Moment zu Moment. Und von Moment. Und von Moment. Und von Moment. Untertitelung des ZDF, 2020